ja willkommen mein name ist anewall p und ich begrüße euch zurück zuletzt bei valkyria chronicles wir sind immer noch in der schlacht des klonen wilde woods general jäger ist hier auf dem schlachtfeld erschienen und hat dafür veranlasst dass hier sich alle einheiten zurückziehen ja damit bin ich auch nicht einverstanden ich muss so viele leute töten wie möglich also sehe ich mal gar nicht so ein so am besten machen wir weiter indem wir mit alicia hier hoffentlich das ding kaputt trauen können ok 123 wohl eigentlich müssen wir ja nur die basis einnehmen dann haben wir glaube ich gewonnen mein gott hat so eine gute idee ist ja wenn wir jetzt alle im blick mein gott wie viele leute sind ich glaube gegen den panzer können wir relativ wenig ausrichten deswegen dass ich mal schön meine finger von dem ausgabe wirklich mal weiter siehst du irgendwas kannst du irgendwas ja lupus siehst du ist klar das war hier ich müsste hier noch einen punkt und du verziehst dich jetzt dann holen wir uns für die nächste runde erwähnen wir fast veranlasst noch eine panzer einheit zu holen antipanzer einheit ich glaube ich wohl mir lieber schuss verstärkungen ich könnte aber versuchen den schaden anzurichten lager du bist ja eher der weitschütze los vollführe wieder wunder irgendwie habe ich gar keinen ap anzeige dann ich habe ja ganz weissen wird bestimmt getroffen jetzt immer ins schwarze und auf einmal macht zwei klemente und bewegt sich mit lupus und so verrückt er macht nichts er geht nur noch vorne und er geht zurück ich verstehe nicht das muster meines gegners muss auf den radiator auf den radiator was macht er da und dreht er sich warum bewegte sich so man hatte die waffe gewechselt so gehen ja ich kann jetzt einfach alle abschießen die da unten rum latschen schön los schießt ab schießt ihn ab aber willst du hin hatte schießt zurück ich fasse ich habe bringt sogar richtig wie es möglich als kanaden unterwerfen mache ich auch gleich mein gott bekommen die ganzen schwarzen einheiten auf einmal her ich glaube das schwarze kanalisiert dass sie stark sind all right jetzt mal jetzt hat nächstes mit alicia vielleicht ich muss mal gucken wie der panzer ausgerichtet ist war hatte ob gott frisst das habe ich eingetötet ja nein habe ich getötet geil ob gott schön wo noch eine granate man nennt sie mein gott wie wenig ap kunst denn schaffst du irgendwas hier zu reißen neuer lupus bildung sowohl nicht sofort auseinander nehmen oder so komm mal her stuhl ich der panzer du obwohl so muss das sein immer einen richtigen lauf im moment wo gehe ich jetzt am besten hin ich möchte nicht in der nähe des panzer bleiben so viel ist schon mal sicher noch mal hier in sicherheit ich habe mein kill gemacht mir geht's gut dann gehen wir heute edelweiß nach vorne auch wenn da vielleicht schlechte idee ist ich weiß ja nicht wie beschadet wie ich da hinten mache ich weiß gar nicht ob ich überhaupt töten kann den verdammten panzer ja ich habe herbert mir habe ich nicht verdammt bei wow es war gut so was hier so macht dicke schaden nein wie ich bescheuert auch w wer du schaffst es aus irgendeinem grund hier in kaputze hauen lago da machst du erst mal du bist ja wohl den panzer irgendwie treffen mein gott jawohl ey etwa von schwarze getroffen warte ja du schaffst das doch oder da wirst du stark okay oh nein warum machst du denn eine polen allergie mann kommt schon häschen geschaffst hat jawohl aber du kannst jetzt nicht verwegen dann gehen wir mal mit wenden die nach vorne die ganzen negativen effekte sei doch mal positiv so wie ich gewinnen außer wenn er jetzt unserem panzer als kaputt aus irgendwelchen gründen ich habe keinen cp verloren mann warum kannst du dich nur bewegen was das denn für eine verarschung du kannst dich nur beschränkt bewegen du kannst dich nur beschränkt bewegen ja ja wie ich einfach mal hier so fast alle cp gefressen hat schade vielleicht kommt wieder eine granate platziert sich auch noch dahin geil boah bist du schlecht im treffen geht so ma versuche jetzt alle lisa jetzt zu treffen hier sind voll beschäftigt kommen gar nicht mehr klar im team angriff und ihr habt nichts getroffen man seid ihr noobs so geht das ich muss gleich ein order einsetzen bei ihr und sie heilen ich bin nur noch nicht hin ich bin nur noch nicht knackt mein gott und ich bin nur noch nicht schwer und jetzt erstmal zurück hin aus so schön manchmal ist der cp typ hier wir sind so hierhin wir sind ja wohl treffen war jetzt war nicht angst aber da muss der autos eine ja wo die auslangen sie macht alles fertig ich finde das so schön so lupus klingt wie ein hund so ihr wein macht was und das dinge nach weg geben auf nerven so bei uns doch gott kann sich sowieso nicht mehr soweit bewegende ja ich weiß was immer noch eine polen allergie schützt sich einfach in den starken namen von lago da geht es hier wieder besser meine güte natürlich kriege ich noch er denn ich kaputt ist kann ich nicht viel machen ich war gar nicht die edelweiß mehr ab als so ein ag natur lieber die power mehr schaden oder mal oder mehr schaden so stand auf ja komm panzer bin doch zu ende gleich kaputt gehen na wie geht's sehr gut mir ich bin ich vielleicht tot oder so weiter geht dafür dass wir nur einen haben da flüchtet da wir wissen die erinnert die das jetzt spät gekommen ist ach hätte ich schaffst du bist jetzt sind wir alle weg ich mal noch ein paar kills rausholen können ist das denn mal die stadt schaffst du noch jetzt nicht extra noch einen zug warten oder nein na gut an dem nächsten zug die rache wird mein sein gegner phase zu ende machen die händer als die anderen killen können und dann ihn erst fertig machen sollen die gegner hier auch verschwinden so einnehmen haha wir haben gewonnen suite operation kommt ja was denn sonst ich glaube ich habe ja den einzigen anführer der war fertig gemacht und hier haben wir die pistole bekommen von der typ noch mal hieß wie bekommt so das vorausslage eingenommen musik hat sie ihn noch an und dann ist gut heute so so gotcha so ich es ja okay moingen meine die hans genannt ich habe verpasst während meiner verpeiltheit ich jetzt ja notration genannt aber okay schrägstrich notration dieser winter hallo und lecker bist du bestimmt auch so perfekt kapitel abgeschlossenen die da bin ich noch sie schlacht davon ich würde sagen kommen dann gehen wir noch ins hauptquartier noch schnell ja wenn unsere waffen noch schnell auf so schnell durchgang da wird unsere einheiten auf weil die haben ja gar nichts ausgehalten hallo also hier und dann würde ich mal sagen wenn wir den partner nach ja ist gut ich müsste eigentlich jeden hier einmal auflösen können locker die einheiten sind sowieso noch sehr weit vor spielende alle maximal aufgelevelt wenn ich mich ihre jungen point natürlich war ansonsten neues potenzial potenzial die sind genau scout lenz haus ingenieure neues potenzial hier hat ein einzigartiges jeder hat ein klassenpotenzial und jeder hat einzige potenziale so an die facility wo wir mal verwachten und so ausrüsten können weil wir werden mit geld so weit von folge schüttet eigentlich kann man ruhig hier ausgeben ja von mir kostet auch wenig jawohl mehr feierkraft ja und langsam verändern die sich auch ob man die wirklich so an den modellen sieht weiß ich euch gesagt gar nicht also ich sehe hat sie sich hier verändern aber ich habe jetzt noch nie so in game druck geachtet so die edelweiss geht alles als permanent ne na gut dann nehme ich das ja alles das ist ja was wenn ich was plus zehn blast bedeutet aber okay da kann ich doch was wollen ja man hat mal erledigt alles ausgegeben alles picobello und 20 minuten gut da würde ich mal sagen ja die nächste mission ist klar das nächste kapitel fangen wir in der nächsten folge an ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bis 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 bis